Seid ihr bereit für die würdestste Kinotour aller Zeiten? Das dachte ich mir. Alles ist gut! Sagen Sie! Wir können das nicht! 1, 2, 3, 4! 1, 2, 3, 4! Vielleicht hätten wir es uns nach dem Sieg in Ragnarök und gegen die Silberlichten bequem gemacht. Aber von wegen. Wir sind rechtzeitig losgezogen, um den Rest von Deutschland mal zu zeigen, was wirklich in den wilden Kerlen steckt. Um noch schneller von einer Stadt zur nächsten zu kommen, mussten wir leider auf unsere geilen Motocross-Maschinen verzichten, mit dem Flugzeug oder Bus zu reisen. Immerhin standen 18 Städte auf dem Programm. Und das wollten wir in nur sieben Tagen schaffen. Zuerst flogen wir also von München nach Frankfurt. Bis auf Sarah Kim Gries waren wir komplett. Sie konnte wegen der Schule leider nur für ein paar Termine kommen. Wir erwarten heute, dass wir noch in zwei oder drei verschiedenen Kinos fahren, in verschiedenen Städten, mit diesem Tourbus hier. Und es wird auf jeden Fall lustig. Cool war diesmal auch, dass wir alle zusammen in einem fetten Bus fahren konnten. Und wir zeigen euch noch viel mehr von dem, um was wir alles drin machen. Also ich wünsche euch noch viel Spaß. Hier Kevin, dann kümmere dich mal drum. Die Kiste soll nachher leer sein. Jeder hat was in seiner Tasche. Ja Mann, das holt alles weg. Wir sind so fiese Fetzige, weißt du? Der Bus war echt wild ausgestattet. Wir hatten sogar ein eigenes Abteil für uns wilde Kerle. Für alle anderen Spießer war der Eintritt natürlich streng verboten. Egal wohin wir kamen, der Bus war echt ein Magnet, der Fans anzog. Hier machen wir einfach alles. Und wenn wir dann alles gerne poppen, dann schauen wir DVD. Dann gibt es drei Fernseher, zwei da vorne und der beste ist natürlich hier hinten bei uns. Dann schauen wir dann unsere Filme. Als Verstärkung haben wir Janina Fautz mitgenommen, die seit dem vierten Teil ja auch zu den wilden Kerlen gehört. Und die Janina ist unsere kleine Klette. Die nervt. Aber was? Von der Kinotour im letzten Jahr wussten wir ja schon, was uns erwarten wird. Aber dieses Jahr war alles noch viel krasser. Das erste Kino, das wir besuchten, war in Wiesbaden. Wie sieht es aus? Hat euch der Film gefallen? Sehen die Herrschaften so gut aus wie im Film oder besser? Besser! Wie ist euer Gefühl, wenn ihr hier rausgeht und merkt, dass die alle auf euch warten? Also ich finde es total geil. Vor allem werden viele Mädels dabei sein. Habt ihr Freundinnen schon und dann seid ihr heute ein bisschen noch auf so einer Tour? Also ich habe keinen Freund. Aber man muss sich auch ein bisschen auf den Job konzentrieren, natürlich. Wer war in der Kussszene beteiligt hier? Ich. Ja. Wer hat denn mit ihm die Kussszene gemacht? Nee, auf gar keinen Fall. Wie war dein Gefühl dabei? Ja, zuerst habe ich gedacht, ich habe übrigens meine Eltern. Wie haben die Eltern reagiert? War die schlechte Küste der Jungmann? Oder fühlen wir noch ein bisschen? Das hat er vom Faser, mein Gott, ey. Faser. Seid ihr bereit? Boah! Also was wir machen wollen, wir wollen natürlich auch euch Gelegenheit geben, so ein bisschen, dass ihr Autogramme bekommen könnt. Schütte noch mal. Wir haben uns wirklich die Finger mitgeschrieben. So viele Autogramme müssen wir geben. Wir hoffen, es hat auch jeder von euch eins bekommen. Sehen die uns oder sehen die uns nicht? Der Mütze hatte ich gesehen, siehst du? Oft sind die Fans noch hunderte Meter hinterher gelaufen. Oh, guck mal, guck mal, guck mal, die rennen. Die rennen, und wie die rennen? Anton? Ey, die geben hier Vollgas. Ich habe keine Chance mitzukommen. Tut mir leid. Wenig später ging es weiter nach Frankfurt. Also richtig war Kuro, würde ich kurz nicht sagen. Ach ja, vielen Dank übrigens für die wilden Geschenke, die ihr uns mitgebracht habt. Wir müssten uns ganz schön ranhalten, weil wir in jedem Kino mehrere Säle besucht haben. Am selben Tag ging es noch nach Nippa auf. Das kannte vorher keiner von uns. Aber schütte nochmal, das würde uns bestimmt in wilder Erinnerung bleiben. Nach den Auftritten konnte man im Bus prima Computerspiele zocken. Eine DVD anschauen oder chillen. Ey, ich fang an mit einer... Wie heißt das Spiel, das ihr spielt? Mit Standplan. Mit Standplan. Ach so. Malon ist, rein geografisch gesehen, ein absoluter Schenie. Das ist ein Experiment. J. Jetzt geht es ihm los. Stimmt, das war das... Wie heißt das? Krattrisch. Krattrisch. Was ist denn das? Krattrisch. Äh, Z. Zich. Zichrutzus. Ja. Zichrutzus, gibt es das? Und dann auf einmal... Zichrutzus. Achabrach. Achabra. Bei I. Achabra. Ist die Stadt bei U? Uns. Uns. Und als Schluss auch die Uns. Bei einem Lego. Und ich spüre, sein Gesamtwerk hat Marlon ungefähr minus 800.000, 34.000, 905 Punkte. Basten hat mir gefallen, dass wir in den vielen Hotels übernachtet haben und jeden Tag ein Verschiedenes hatten. Kannst du gut Ziegen machen? Ziegen kann ich gar nicht. Am nächsten Tag stand er als erstes Darmstadt auf dem Plan. Und dann ist es so. 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 Weiter ging es nach Dettelbach. Wird es möglich, den in Dettelbach auf der Bühne zu überreichen? Ich spiele ihn noch nicht. Er kommt riesige Wiese. Wir überreichen den Bokal der Bokalüberreichung, weil wir sind die Nächsten im Leben. Plötzlich fiel Janina auf, dass wir den Regisseur Joachim vergessen haben. Entweder ist er auf dem Klo oder es ist Absicht, dass er nicht da ist, aber wir haben ihn vergessen. Er hat brav gewartet, bis wir ihn wieder aufgegabelt haben. Nur aus dem einzigen Grund, weil ich Joachim vermisst habe, weil ich mit seinem Handy spielen wollte. Am Montag starteten wir in Ansbach voll durch. Wir wären gerne auch noch ein bisschen länger geblieben, mussten aber gleich weiter nach Neu-Ulm. Ja, also wenn ich mich jetzt umdrehe und winken mir tausende von Fans, das ist schon witzig. Sieht so cool aus. Alle sind cool. Ja, alle sind cool. Wir müssen ganz heiß sein. Wir gehen jetzt gleich rein. Es macht echt immer einen Riesenspaß, seine Fans zu treffen und mit ihnen zusammen ein bisschen durchzudrehen. Vielen Dank übrigens für die vielen Telefonnummern. Hallo? Hallo? Hier sind die wennen Kerle. Jo. Lauft mal. Na okay, wir sehen euch. Wir rufen euch mal an. Leider können wir nicht jeden Fall euch zurückrufen, sonst werden unsere Telefonrechnungen so hoch, dass wir dauernd pleite werden. Am Abend fuhren wir dann zurück nach Erding bei München. Wir wollen die Kerle sehen! 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 Ich muss mal Trick sehen, so Basketball. Er lief nicht so schnell, ja? Rabernowitzki. Der Joachim, der war gestern noch mit auf der Tour und ist dann gestern Abend wieder nach Hause gefahren, weil er angefangen hat, das Drehbuch für den fünften Teil zu schreiben. Obwohl wir ja außer Sarah und Janine alle aus München kommen, starteten wir noch am selben Abend durch. Wir spielen das Business. Nee, Spaß. Handy ist aus, Handy ist aus, sonst kommt ein großer Mann hier raus. Oh, mein Handy ist noch an. Es ging bei Flieger nach Berlin, wo uns am nächsten Morgen der erste Auftritt erwartet. Während der Tour haben wir auch bei dem Fernsehsender Nick und Viva vorbeigeschaut. Die von MTV und Viva haben so ein Boot, das wir natürlich erstmal geändert haben. Bei der Show von Nick haben wir der Moderatorin mal gezeigt. dass Wildsein kein Kinderkram ist und sie ordentlich mit Schokoküssen bombardiert. Wie ihr sehen könnt, haben wir nicht nur den Kino viel Spaß. Das Studio soll dann auch aus München nachfällt. Das hättet ihr sehen müssen. Ich bin am Boden zerstört. Das kriegen sie alles wieder. Wir sind ganz viele Leute da. Meine Freunde, meine Brüder, meine Mama, meine Papa, alle sind da. In echt sind sie nicht mal halb so spießig wie im Film. Und deshalb warnt Auslausweise auch mal die Eltern bei den Film Kerlen erlaubt. Wenn der Unterricht gestalten wird, der Führer Benny hatte, mit der selten war so weit. Das ist zwei Prozent, aberban, der cool ist, es ist alles Grundsteil nachher. Neugierig, die ist eigentlich nicht so weit vorbeigesprach. Neugierig, das ist genauso voll gemacht. So was sieht man eigentlich bei unseren Unterricht ausgehen, Aber dershirts qu rerä рисuen nicht so weit. leute und dierunde von wegen sch cement. Sicherheitsanweisungen. Habe ich schon gemacht, wenn ihr nicht zuhört habt ihr Pech gehabt. Ich kann mit Mal und so nicht arbeiten. Hier spricht die Käpt'n Robert Bieling. Das Wetter in Kassel meist sonnig ein paar Wunden. Da müssen wir wegen heiliger Turbulenzen ein paar Kreise aufnimmt und machen. Also ich bitte Sie an Gestalt auf Ihren Sitzen zu bleiben. Sie haben jetzt noch einmal die größte, die einzig, einzige Möglichkeit noch mal auf die Toilette gehen. Ein bisschen Pückel, ein bisschen Kacken. Die virtuellen Stoffmangel, Fallen, Sauerstoff, springen Sauerstoffmasken aus den Sitzen. Und Judith, was wir rein in den Flug. Servus, ihr Kapitän. Gegen Nachmittag waren wir schon wieder in Kassel. Wir haben den Rollen jetzt, oder? Wir ließen uns aber durch nichts auffallen. Nächster hat Paderborn. Hier regnet es in Strömen. Aber trotzdem war die ganze Stadt auf dem Ball bemutzt zuzuhören. Und wir mittendrin, auf einer kleinen Bühne. Wir sind echt verdammt gerockt. Am Donnerstag ging es erst gegen zwei in Münster los. Das war echt locker. In den Kinos wurden wir öfter mal gefragt, ob wir auch im echten Leben so wild sind. Was denkt ihr denn? Ich zeige euch mal, wie wir auf den Putz hauen. Aufgepasst! Hier kommen die wilden Kerlen. Wir rocken Ragnarbrück. Wir rocken Ragnarbrück. Die Welt wird aufgepasst. Hier kommen die wilden Kerlen. Wir rocken Ragnarbrück. Wir rocken Ragnarbrück. Wir rocken Ragnarbrück. Wir wollen jetzt gleich nach Dienstlaken. Kennt ihr übrigens Dienstlaken? Auch da waren wir. Tja. Wir versuchen einfach in jeden Winkel Deutschlands mal zu kommen. Oh, ja. Oh, ja. Ich hoffe, dass immer Mädels und Malmäter ... Wir waren auch mal jung und da haben wir eben den Beatles zugejubelt und in dieser Zeit heute sowas wie die Beatles. Einmal einschlagen. Ein Fünferle. So. Ne. So. Schauen Sie. So und dann so. Jawohl. Und jetzt nochmal. So und so. Und die coolen? Und die coolen machen so. Die machen so. So. Und dann den hier. Kann ich mal aufsetzen? Ist ja unbequem. Ja sicher ist das unbequem. Weil sie sitzt gar nicht richtig. Nein. Das ist ja auch ein bisschen zu groß für dich. Wir können alle kreischen. Mach mal Tür auf. Dann habt ihr verloren. Ich spiel hier aus. Ist helft raus, genau. Wir wollen die Windenkerle. 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 Am vorletzten Tag unserer Tour stand zuerst Bochum auf dem Programm. Beste will die Kerle. Die Kinder Tour aller Zeit. Das ist ja klar zu sagen. Das war mal los, oder Marlon? Ja. Am Abend hatten wir noch einen Auftritt in Neuwied. Oh mein, die Arme. Ich wollte mir heute die Haare machen, aber da hatte ich keine Zeit. Zeig mir ja Jimmy. Nun war unsere Kinotour schon fast zu Ende. In Kugels gaben wir noch einmal alles. Noch mal für alle bitte relativ zügig durchgehen. Bleiben wir zusammen. Wir haben keine Absperrungen, gar nichts. Nicht, dass einer hängen bleibt. Schau mal, ich komm so, so komm ich rein und so komm ich raus. Der letzte Form fiel diesmal in Bad Kreuz nach. Oh Mann, Eisbett hier. Schau mal das an, das ist der Wahnsinn. Ich werde an der Kapuze gezogen. Das ist echt der Hammer. Schau mal das an, das ist der Wahnsinn. Ich werde um meine Kino, das ist der Wahnsinn. Schau mal das. Lassen, 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 Lassen! Leon, Leon, Leon. Das letzte offizielle Funde der Welt. Schade, ich könnte es noch fünf Wochen länger machen. Ganz ehrlich. Mann, das war mit Abstand die wildeste Kino-Tour aller Zeiten. Es ist natürlich immer ein bisschen schade, sich wieder verabschieden zu müssen. Aber schütten wir auch mal. Jeder von uns weiß, es war nicht das letzte Mal, dass wir uns gesehen haben. Das schöne Abend, Ende ist der Anfang der Nacht.